Herzlich willkommen liebe Zuschauer hier an der wunderschönen Talsperre Malta im Strandbad Paulsdorf. Neben mir sitzt Marlen Kartner von der WTE. Es hat natürlich einen ganz besonderen Grund, ich habe ihn hier in der Hand. Malta in Flammen vom 19. bis zum 21. Juli, das große Event hier an der Talsperre. Und wir wissen natürlich, dass es gerade derzeit mit Baugeschehenen sehr hektisch ist hier an der Talsperre. Paulsdorf kann man nicht durch, aber trotzdem wollen wir jetzt unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ein paar Infos geben, wie sie ganz entspannt und easy zum Festgelände kommen. Und da bist du jetzt gefragt. Ja, genau. Also wir haben natürlich einige Einschränkungen dieses Jahr aufgrund der Baustelle, was es aber nicht bedeutet, die nicht lösen zu können. Wir haben sie gelöst und die Zugänglichkeit zu unserem Parkplatz auf der Seifenstraße ist gegeben. Das heißt, alle, die von Dresden kommen, können über Seifersdorf und über Malta zu unserem Großraumparkplatz gelangen. Alle, die von Dippoldeswalde kommen, können über Reichstedt-Ruppendorf fahren. Ansonsten würde ich dort natürlich empfehlen, unseren jährlichen Bus-Shuttle zu nutzen. Auch den haben wir dieses Jahr wieder eingerichtet, der von Dippoldeswalde nach Paulsdorf fährt. Der wird im Parkplatz Mühelfeld dort seine Haltestelle finden, sodass dann auch kurz um der Weg zum Veranstaltungsgelände gelaufen werden kann. Der shuttelt auch bis nachts um drei, sodass im regelmäßigen Shuttle-Verkehr sozusagen dort auch die Möglichkeit besteht, von A nach B zu gelangen. Lediglich die Behindertenparkplätze werden wir in Paulsdorf stationieren, sodass dort möglichst ein kurzer Weg ist. Ansonsten ist das Mühelfeld selber als Parkplatz an diesem Wochenende nur für Helfer, für Künstler, für Mitarbeitende möglich, sodass dort, wie gesagt, tatsächlich der Großraumparkplatz an der Seifenstraße zur Verfügung steht. So, und jetzt gehen wir nochmal zum Thema Baden. Wer an diesem Wochenende hier baden möchte, der ist natürlich in Malta und in Seifersdorf bestens gern gesehen. Aber was ist mit hier Paulsdorf? Also unser Paulsdorfer Bad wird ab Mittwoch schon mit dem Aufbau beginnen, sodass wir dann ab Donnerstag bis einschließlich Montag den Regelbadebetrieb hier nicht stattfinden lassen werden. Wir haben Kühlwagen, wir haben Bierhänger hier, sodass dort im Prinzip auch der Betrieb eingeschränkt wäre. Wer das kühle nass kurz genießen möchte als Camper, kann dies natürlich tun, aber nicht als Regelbadebetrieb. Und ist dort auf eigene Gefahr hier an der Talsperre zum Baden da. Seifersdorf und Malta als offizielle Badestellen nach wie vor nutzbar und auch mit Bootsbetrieb. Und dort hat auch jeder seinen Platz, seine Ruhe und kann das Baden genießen. Wenn wir schon vom Baden reden, lass uns nochmal kurz auf den Wasserstand kommen. Seid ihr wieder auf Normalhöhe? Aktuell immer leider noch nicht. Wir haben mittlerweile die Kleinkinderbereiche so positionieren können, dass wir wenigstens einen Bereich dafür haben. In Seifersdorf mit dem größten Kleinkinderbereich, dort geht es relativ seicht hinein, sodass wir dort viele Möglichkeiten haben. Pausdorf und Malta hingegen geht es dann schon etwas steiler zu, sodass wir nur, sage ich mal, ungefähr die Hälfte haben. Es ist möglich, wir haben einen Bereich, aber nach wie vor noch nicht wieder auf Normalniveau. Wann das wieder kommen wird, das sagt uns der liebe Wettergott, wann da wieder was zufließt. Wir hoffen es möglichst schnell, aber vorhersehen kann das leider keiner. Okay, zurück zu Malta in Flammen. Wenn Sie vielleicht noch keine Karten gekauft haben, dann jetzt mal noch die Info von Marleen. Kann man noch kaufen und wo? Natürlich. Momentan gibt es die Karten noch im Vorverkauf auf unserer Homepage malta in flammen.de. Sind diese zu erwerben und ansonsten dann an den Tagen selber haben wir natürlich wieder die Abendkassen stationiert, sodass auch dort noch genügend Karten vorhanden sind und keiner Bedenken haben muss, nicht mehr hereinzukommen. Also bleibt festzuhalten, es sollte niemand abgeschreckt werden von den Baustellen. Es sind Möglichkeiten gefunden worden, das alles zu umgehen. Man kann ja auch durchlaufen, das Problem ist es ja nie. Also selbst von Seifersdorf aus können die Gäste natürlich durch die Baustelle auf der Lämmergrundbrücke, die Fuß- und Radwegbrücke, die ist nach wie vor geöffnet. Die wird auch zu Nutzen sein, gerade für diejenigen, die dann auf dem Parkplatz parken. Da muss man ja dort vorbeilaufen, das ist alles möglich. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alle Gäste, die kommen. Wir haben ein Bundesprogramm vorbereitet und wollen dies natürlich auch mit allen Gebühren feiern. und laden Sie natürlich dazu ein. Auch unser jährliches Höhenfeuerwerk findet natürlich wieder statt. Am Samstag um 22.30 Uhr, dort wollen wir die Malta wieder in Flammen sehen. Und von daher herzlich willkommen an alle Gäste, die hier die Talsperre besuchen und unser jährliches Highlight mit uns erleben. Und ich sage mal, wenn man jetzt so guckt, die Großwetterlage, die sich so abzeichnet, die lässt sich eigentlich auch Gutes vermuten, denn es wird nicht kalt, es bleibt warm. Und das braucht man natürlich zum Alter in Flammen. Also wir freuen uns ganz sehr, 19. bis 21. Juli, die Malta in Flammen. Es gibt keinen Grund, nicht dabei zu sein. Das haben wir gerade von Marleen Kartner jetzt erfahren und sie sehen wir dann bestimmt hier auch bei Malta in Flammen. Herzlich willkommen!